Hi, willkommen zu einem neuen Video. Heute messe ich meine kleine Schminksammlung aus. So viel habe ich nicht mehr, aber ich habe immer noch zu viel. Ich benutze ganz viel, das einfach davon nicht. Alles, was ich heute aussortiere und was noch neu ist, beziehungsweise nur so ein kleines bisschen getestet, so auf der Hand oder so, würde ich gerne an euch verlosen, also bleibt sehr gern bis zum Ende dran. Und ich würde noch ein paar andere Dinge mit reinpacken, die ich einfach noch für Verlosungen da habe. Wenn ihr Lust habt, weitere Dinge mit mir zusammen auszusortieren und vielleicht dann dazu noch eine Verlosung zu haben, dann gebt dem Video sehr gern einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr freuen oder schreibt sehr gern auch unten in die Kommentare. Und ja, dann würde ich das Intro einfach nicht zu lang halten und einfach mal direkt starten. Meine komplette Schminksammlung passt in diese Kiste hier. Also die habe ich schon ewig eigentlich. Die habe ich mir bei Haussmann mal gekauft und hier habe ich alles drin. Ich habe jetzt hier auch alles drin, was ich aus dem Bad geholt habe, weil auch da habe ich manche Dinge stehen. Die habe ich dann einfach immer dort, weiß ich nicht, dort rumstehen, weil ich dachte, ich benutze sie und dann benutze ich sie halt einfach doch nicht. Und ja, ich würde einfach mal kategorisch hier durchgehen und ja, mal schauen, wie viel am Ende wegkommt. So, ich weiß gar nicht, was ich anfangen soll. Ich würde denken, ich fange einfach mal mit meinen Lidschatten vielleicht an. Das ist vielleicht am einfachsten am Ende, weil ich weiß, was ich halt immer trage. Das Ding ist, ich habe jetzt halt monatelang fast gar nichts gemacht. Also ich habe halt mich auch überhaupt nicht geschminkt oder so. Okay, dann kommen wir mal zur ersten Palette. Das ist eine von H&M. Die habe ich mal bei Kleiderkreisel irgendwann getauscht, gekauft, was auch immer. Ja, ich würde das halt irgendwie so gar nicht verwenden. Man sieht auch, also irgendwie, ich habe nicht wirklich viel davon verwendet. Nur das Schwarz immer, weil das nehme ich immer für Halloween Make-ups. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich würde einfach die Palette jetzt mal wegschmeißen, weil die ist bestimmt auch schon älter. Und dann würde ich mir einfach mal kompletten Schwarz einfach kaufen für Halloween oder so. Ja, dann habe ich von TamTam, also von der Tara, das ist eine YouTuberin, falls ihr die nicht kennt, habe ich mir bei der letzten Glowcon ihre Produkte gekauft. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, ob die überhaupt schon offen sind. Das ist jetzt schwierig, weil ich möchte es jetzt irgendwie auch nicht aufmachen, weil dann kann ich es halt besser verlosen. Ich denke mal, das Braun hier würde ich noch mit weggeben, weil ich habe eigentlich sehr viele Brauntöne. Ich glaube, dann würde ich das ganz helle wegnehmen, weil so ganz, ganz herrschmink ich mich eigentlich auch nicht. Ich glaube, dann behalte ich nur noch das hier. Ja, voll krass. Ich habe gerade mal zwei Produkte an sich in der Hand gehalten. Ja, diese Palette hier, das finde ich so, so traurig. Ich habe mir die auch bei der letzten Glowcon gekauft. Ganz ehrlich, die Farben, das sind einfach Farben, die habe ich schon. Also die habe ich in meinen anderen Paletten drin. Das ist auch so blau oder so, aber das sind halt die Tüte, die ich eigentlich nicht... Also ich wollte unbedingt einen blau haben, aber ich hätte auch gerne noch grün und gelb und sowas gehabt. Und ich glaube, da würde ich mir einfach eine andere Palette dafür zulegen. Ich glaube, die würde ich jetzt auch einfach direkt weitergeben. Ach so, hier ist noch ein Augenbrow Kit-Dingens, Tattoo-Dingens. Das benutze ich tatsächlich immer. Ich habe das jetzt auch gerade vor zwei Tagen oder so gemacht. Ich finde das so toll, muss ich sagen. Also das würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. So, dann den weiteren Paletten. Das sind meine zwei Naked-Paletten. Die habe ich zum Beispiel immer in meinem Bart, weil ich liebe die. Die habe ich schon ganz lange. Die habe ich auch meiner Freundin noch bestellt. Da habe ich die gleich im Zweierfach bestellt. Und man sieht auch, es ist ein bisschen was weg. Und dann habe ich hier noch die Naked Petite Heat. Und die liebe ich. Ich trage die nur. Ich trage die jeden Tag. Man sieht es zwar nicht, aber ich trage die wirklich jeden Tag. Ich habe auch heute das alles wieder drauf. Also das auf jeden Fall, das war kein Fehlkauf. Also meine absolute Lieblingspalette. Und von meiner besten Freundin habe ich die auch noch in groß bekommen. Leider werde ich sie erst mal nicht benutzen können, weil ich ja erst mal die kleine noch verwende. Aber sie hat gemeint. Das wird doch nicht schlecht. Zumindest ist es so schlecht. Okay, 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 okay. Okay, also hier sehe ich schon was, was weg kann auf jeden Fall. Das hier zum Beispiel. Das ist eine ganz, ganz alte Essenspalette. Aber die ist halt wirklich so, so alt. Also die würde ich jetzt auf jeden Fall mal wegtun. Ach ja, die habe ich auch voll geliebt. Ich mochte die voll gerne. Das ist die Essence All About Nude Palette. Sieht man auch, wie abgekrapscht die ist. Dann diese zu Eva Palette Voyage oder so. Keine Ahnung. Das ist diese hier. Die habe ich mir auch bei der Glowdat gekauft. Und die finde ich auch total schön. Zu Eva Farben hätte ich nie gedacht, aber ich finde zu Eva auch so mega schön. Also sind echt tolle Farben. Ich könnte mir vorstellen, von zu Eva mir eine Palette zu holen mit so schönen, knalligen Farben, wenn es das gibt. Ja, die werde ich nicht weggeben. Dann habe ich hier noch von GOSH. Ach okay, das ist so ein Effekt Powder. Das habe ich mir überlegt, das wollte ich mal gerne verwenden. Das ist auch noch zu. Aber ich glaube, ich verwende das nicht. Deswegen verlor ich das. Aber ich nutze die halt nicht. Was ist das eigentlich? Das ist Highlighter und Prongs auch wahrscheinlich, oder? Wo die halt echt schön sind, muss ich sagen. Gerade der hier kann ich mir mega gut bei mir eigentlich vorstellen. Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, die verlose ich. Und es dauert ewig, bis der Haltleiter irgendwie ein bisschen aufbraucht. Ich glaube, mehr habe ich nicht an den Gutschatten, oder? Nee, ich glaube nicht. Und wenn doch, dann egal. Und zwar ist das von R. Keine Ahnung. Das war in einem Kalender drin von meiner Mama. Die hat mir so einen Schminkkalender geschenkt. Und da war der Ton drin. Ich habe noch einen anderen Ton. Stimmt, ich habe noch einen. Hier. Genau, den hier. Genau. Also ich habe zwei verschiedene Töne. Und das ist der, den ich jetzt gerade im Bart immer habe. Und den hatte ich, glaube ich, noch mal probiert. Ich glaube, den habe ich mal probiert. Ich finde die, ich muss sagen, ich finde die nicht mal schlecht. Ich finde die richtig gut eigentlich. Die sind super gut pigmentiert auch. Okay, ich würde den roten hier auf jeden Fall auch, glaube ich, weggeben, weil ich halt sehr viele Rottöne habe durch diese zwei Naked-Paletten. Ich würde die hier noch behalten auf jeden Fall, weil ich nicht so viel Brauntöne habe. Und weil ich die halt auch wirklich eigentlich gern benutze. Ja, dann sind wir, glaube ich, jetzt mit den Paletten erstmal soweit durch. Und ich kann nicht mehr sitzen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach komplett hier mal die Wimpern noch durch, weil das sind auch noch einige. Ich glaube, hier werde ich gar keine aussortieren, weil Wimpern werde ich, glaube ich, sogar alle behalten. Obwohl, ne, ein paar Wimpern habe ich, die würde ich wegtun. Das sind die hier. Das sind diese Essenswimpern. Aber Wimpern sind so ein Ding. Ähre jetzt nicht, diese Krise gekommen, sage ich mal, diese Pandemie, hätte ich mit meinen Mädels coole Mädelsabende gemacht. Und wir haben uns alle immer Wimpern jetzt drauf geklebt. Oder zumindest ich habe den Wimpern drauf geklebt. Und deswegen sind zum Beispiel auch die ja komplett leer und habe nur noch ein paar hier drin für mich, die ich halt benutzt hatte. Und habe dann halt wieder neue gekauft. Und deswegen werde ich alle behalten. So, dann habe ich noch zwei Puder. Ich habe zwei davon. Alverde, die Puder. Die kann ich super empfehlen. Ich habe die auf der Glow. Die waren, glaube ich, einfach in der Goodie Bag mit dabei. Und ich werde auch alle beide behalten. Ich finde die beide sehr gut. Ich liebe ja Puder, was so gelblicher ist. Ich finde das für meine Haut total gut. Dann habe ich hier von Pixi das Make-Up Fixing Mist. Ich finde das auch toll. Ich finde den Duft halt mega gut. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das Make-Up dadurch besser hält, weil ich nutze kein Make-Up. Also ich nutze halt keine Foundation oder irgendwas. Ich nutze eigentlich nur, wenn dann ein bisschen Concealer. Und dann mache ich mir Puder und alles drauf. Und ich finde das aber einfach total angelegt. Oh, ich habe schon verwendet. So, dann habe ich hier ein... Was ist das? Von Annabelle Minerals. Ein Mineral Primer aus Tonerde. Okay. Ein Primer. Werde ich nicht nutzen. So, dann habe ich hier meinen Concealer. Der bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch ein von NYX. Ein Eyebrow Gel. Der ist auch schon fast alle. Den nutze ich eigentlich auch täglich. Muss schon mal einen neuen kaufen. Meine Mascara, zur Zeit nutze ich die Essence Maximum Definition Volume Mascara. Die behalte ich auf jeden Fall auch. Dann habe ich hier zwei Kajalstifte. Ne, drei sogar. Drei Kajalstifte. Ich habe hier einen. Also die beiden sind von Yves Rocher. Und den schwarzen, weil ich auf jeden Fall, weil den benutze ich sehr gerne für so Halloween-Make-Ups und so. Den braunen behalte ich auch, weil den habe ich heute zum Beispiel drauf und ich finde das eigentlich total fisch. So. Dann habe ich hier Halloween. Also da habe ich hier dieses Weiß von Eulenspiegel. Das ist einfach so eine weiße Farbe für Gesicht. Keine Ahnung. Das wird behalten. Dann habe ich hier noch Kunstblut. Das behalte ich auch. Ich habe auch noch Lidschatten. Genau. Also ich habe hier, das ist auch von meiner besten Freundin, habe ich mal einen Lidschatten bekommen. Das ist so ein Creme-Lidschatten in Gold. Und den finde ich halt mega, mega schön. Ich würde ihn aber unbedingt aufbrauchen, deswegen den behalte ich. Und dann habe ich hier von Revale de Loup, habe ich noch so ein mattes, hellbeige. Das habe ich mega gern benutzt früher. Das weiß ich noch. So habe ich das eigentlich benutzt. Ich weiß es nicht. Das kommt weg. So. Dann habe ich zwei, drei Highlighter. Einmal den Bonnie Luminizer, den habe ich mir auch mal auf einer Glow gekauft. Dann habe ich von Benefit den Sunbeam. Den habe ich witzigerweise tatsächlich noch nicht wirklich benutzt. Ich habe den, glaube ich, auch von einer Freundin mal geschenkt bekommen. Ich glaube, den habe ich mal geschenkt bekommen. Und dann habe ich hier von GOSH noch diese Lumi Drops. Und die nutze ich eigentlich gerade aktuell, wenn ich überhaupt Teile da trage, nutze ich gerade die. Deswegen bleiben die auch. Und dann habe ich von diesem Weihnachtsverlänger auch noch so ein Rouge. Das Ding ist, den hätte ich jetzt eigentlich auch benutzt. Aber dann kam meine beste Freundin. Sie hat nämlich, weil sie umgezogen ist und hat aussortiert. Und dann kam sie mit einem Sleek Blush. Und den will ich schon Jahre von ihr haben. Den will ich schon immer von ihr haben. Der ist so krass knallig orange. Der ist so cool. Also ich habe den auch gerade drauf. Und ich finde den so schön. Man muss mega, mega vorsichtig damit sein, weil der so krass segmentiert ist. Also ich kann jetzt hier einmal mal reingehen. Und dann hat man schon den ganzen Finger so voll. Also das ist mega krass, finde ich. Den benutze ich halt gerade. Und weil der so lange halten wird, glaube ich, kann ich den wegtun. Der hat mich auch noch zu. Von MAC. Ein Glänz-of-Öl. Weiß nicht. Benutze ich nicht. Kann ich wegtun. So, dann habe ich hier von Revalde Loop. Das sind diese dicken, schwarzen, wie heißen die? Kohlkaya-Eyeliner-Dinger. Benutze ich für Halloween. Die kaufe ich mir auch immer wieder nach. Meistens einmal im Jahr, weil die halt wirklich schnell alle gehen. Dann habe ich hier noch von Catrice das HD Active Performance Primer mit Lichtschutzfaktor 30. Den habe ich witzigerweise jetzt einer Freundin auch geschenkt. Und den hier nutze ich gerade. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Ich will es einfach nur aufbrauchen. Das habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen. Von P2 Trinkle Metallic Eye Powder in grün. Ich glaube, den behalte ich noch. Dann habe ich hier noch ein Pore Filler Primer. Ist von nix. Ich beleg gerade. Ich glaube, den behalte ich. Den würde ich schon auch mal testen, um einfach zu sehen, ob es bei mir irgendwas macht, wenn ich Primer benutze. Genau. Dann habe ich hier noch diese Stift. Ach, hier genau. Ein Control Stick. Den behalte ich auch mal, weil den benutze ich auch manchmal für Halloween. Und dann habe ich hier so einen blauen Kajal. Für, wenn ich Stoffe anmalen möchte. Also wenn ich mir da so Hüftdien oder sowas machen möchte, wenn ich nähe. Und dafür werde ich den, glaube ich, auch behalten. Deswegen kommt der mal ganz woanders hin. Dann ein Eyeshadow Pencil. Die fand ich ja richtig toll. Da habe ich zwei Stück. Ich wollte mir noch viel mehr kaufen. Habe ich einmal in so einem Türkis und einmal in so einem Beige. Und ich finde die eigentlich echt nicht schlecht. Aber ich nutze die halt auch nicht. Also der hier, glaube ich, geht weg, weil diese Farbe nutze ich halt einfach nicht. Und den finde ich halt echt eigentlich hübsch. Den behalte ich mal noch. Und einen Augenbrauenstift. Den behalte ich auch mal. Und dann habe ich hier noch einen Bronzer. Und der ist schon fast leer, sehe ich gerade. Also das Fremdchen auch schon zu sehen. Das nutze ich witzigerweise auch für so Make-up-Dinger. Ja. Dann kommen wir noch zu Lippenprodukten. Aber Lippenprodukte tue ich mir, glaube ich, richtig, richtig schwer. Weil ich liebe Lippenstifte. Aber ich trage halt so selten Lippenstift. Das muss ich halt da aufhören. Aber das Ding ist, auf Arbeit, ich muss halt immer Mundschutz tragen gerade. Und Mundschutz und Lippenstift, nicht so geil. Den behalte ich, das ist klar. Den benutze ich auch immer noch. Ne, ich stehe noch. Ne, den behalte ich. Dann habe ich hier ein... Ah, das ist so ein nudiges Ding. Okay, aber ich glaube, den werde ich nicht mal benutzen. Weil ich zu viele Nü-Tone habe. Dann habe ich hier so einen Pink. Ich glaube, den nutze ich auch nicht mehr. Den habe ich halt auch schon ewig. Von Alverde ein Lip Liner. Ah ja, den habe ich von der Blau, glaube ich. Und ich finde die Farbe mega schön. Das ist krass, man vergisst, was man eigentlich alles hat hier drin. Benutze erhalte ich. So, dann habe ich hier noch so einen Braun. Ich finde das mega schön. Ich habe aber letztes Jahr, im Herbst, habe ich halt einfach kaum Lippenstift getragen. Aber eigentlich liebe ich das. Ist auch mein einziger, den ich noch habe. Weil den anderen habe ich meiner Schwester, glaube ich, geschenkt. Den habe ich jetzt gerade drauf. Der ist halt so, ja, total, natürlich. Und der ist auch fast leer. Also den werde ich auf jeden Fall noch benutzen. Dann habe ich noch... Oh, das war mein Lieblings. Oh, krass, den habe ich mir ganz oft gekauft. Den habe ich sogar noch Freunde gekauft. Aber die fand ich auch sehr schön. Oh, den behalte ich auf jeden Fall. Den muss ich mal wieder benutzen. Das ist von Revalde Lupian. Ne, der hatte eine Farbe, irgendwas. Ah ja, 06 Rosewood. Ja. Den, oh Gott, den habe ich, den habe ich abgöttlich geliebt. Dann habe ich einen roten Liplein. Den behalte ich, weil ich rote Lippenstifte habe. Da finde ich das ganz gut. Mein absoluter Favorite von NYX. Das ist die... Cannes hieß der, glaube ich. Ja, Cannes. Da habe ich auch mehrere, glaube ich, von... Ist das auch Cannes? Ja, das ist auch Cannes. Der ist noch eingepackt. Dann habe ich von Catrice Velvet Matte Lipstick. Black Cream. Der geht weg. Dann der ist schon echt alt. Der geht jetzt auch mal weg. Das ist von Manhattan gewesen. Dann habe ich hier noch so einen Lip Liner in... Ist auch so ein dunkles Rot. Ich glaube, der geht weg. Oder wie ist der? Hm. Ist auch hübsch. Der bin haltig. Ah, das ist auch schön. Das ist so ein Rot-Braun. Ist voll hübsch irgendwie. Aber der ist noch nicht benutzt. Deswegen, den würde ich tatsächlich vielleicht noch direkt in eine Verlosung reintun. Dann gibt es hier einen Fresh. Was ist das? Ach, ein Lip Gloss. Kann der hier weg. Dann habe ich von Benefit... Ach, das sind... Ah, okay, alles klar. Das sind die mit diesen zwei Farben, wo man dann draußen so eine Outline noch hat. Also kann ich das auf jeden Fall verlosen. Weil der ist hier noch in der Verpackung eingepackt. Und das heißt, ich nutze den auf jeden Fall nie. Ein BB-Zauberhaft-Lippenpflege. Den kann ich auch eigentlich wegtun. So, dann habe ich hier noch meine letzten drei Lip Liner. Den behalte ich. Das ist ein übelst schöner Bären-Ton, finde ich. Den behalte ich auch, weil das ist für meinen braunen Lippenstift. Den habe ich extra dazu gekauft. Und das ist ein roter. Der ist noch unbenutzt. Den würde ich verlosen. Dann habe ich hier noch mal einen Rot-Ton, auch von diesem Weihnachtskalender. Der ist auch unbenutzt. Den würde ich auch verlosen. Dann habe ich hier drei Stück von Revitalo. Ich fand die damals so mega toll. Ich finde die auch jetzt immer noch toll. Ich nutze die auch noch. Den hier zum Beispiel nutze ich noch. Da ist auch nicht mehr so viel da. Dann, das sind zwei verschiedene Töne. Der ist pinker und der ist noch mal so ein bisschen bärig. Ich glaube, den will ich nicht mehr. Der fettet auch schon. Schade, den finde ich eigentlich auch schön. Gut, dann kommt der weg. Okay, dann habe ich noch drei Produkte. Einmal das. Das denke ich kann jetzt einfach mal weg. Dann habe ich von Manhattan Liquid. Die Kamera ist gerade ausgegangen. Ich weiß nicht, was jetzt noch kam. Aber mein einziger roter Lippenstift jetzt hier. Das ist krass. Ich hatte so viele Rote eigentlich. Den behalte ich natürlich. Ja, und damit bin ich eigentlich fertig. Ich werde das jetzt noch alles fix mal einsortieren. Und dann mal schauen. Obwohl, warte, das war jetzt vielleicht dumm. So, ich bin soweit fertig. Und krass viel weniger, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, weil ich ja so schon eigentlich gar nicht so viel besitze. Aber, ich weiß nicht, wie weit man das sehen kann und das alles jetzt runterfällt. Und die Paletten dort hinten noch. Also es ist jetzt einiges weniger geworden. Und ich bin richtig happy, muss ich sagen. Richtig, richtig happy. Bei manchen Dingen werde ich noch mal Freunde fragen, ob sie da was haben möchten. Das ist das, was ich im Bart halt noch so benutze. Also meine Palette. Plus halt noch so Mascara und sowas. Das habe ich jetzt alles hier mit reingetan. Das werde ich dann alles wieder am Bart einsortieren. Und es ist einiges, was jetzt wirklich wegkommt. Also ihr könnt auf die Verlosung sehr gespannt sein. Und zwar kannst du gewinnen, indem du ein Abonnent meines Kanals bist. Also ihr müsst es aber auch sichtbar haben, weil ich sonst nicht sehen kann, ob ihr ein Abonnent von mir seid. Dann dem Video einen Daumen nach oben geben. Und dann einfach einen Kommentar schreiben. Es ist egal, was ihr rein. Schreibt mich einfach nur einen Kommentar lesen. Und wenn es geht, wenn ihr es habt, vielleicht noch euer Instagram-Namen dazu. Ist jetzt nicht Pflicht, aber es ist einfacher, euch dann irgendwie zu kontaktieren. Weil bei YouTube ist es immer ein bisschen schwieriger. Und ja, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück. Ganz viel Erfolg bei der Verlosung. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn du dabei bist. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!